moin moin meine freunde heute ist der letzte tag der season ja zum infinity run gestern muss ich ja nicht ganz viel sagen ich bin aber froh dass carlos 194 räume geschafft hat in infinity run wir sind ja rausgegangen aber carlos hat auch diese woche verdient war seine woche definitiv wie letzte woche unsere woche war daher alles cool carlos wird wohl den global one diese woche holen gg an dieser stelle und wir haben jetzt noch die verlosung vom baby dragon wer nicht weiß worum es geht guckt sich einfach das challenge video an von gestern wir verlosen jetzt ein baby dragon exklusiv von der ryan der hat uns die zur verfügung gestellt ich blende mal noch mal eben hier ein irgendwo keine ahnung muss man es machen ich habe mir die kommentare also jeder der kommentar geschrieben hat den namen habe ich mir hier aufgeschrieben waren glaube ich um die 30 stück und mir die schönen offenen zettel in so eine dose reingepackt und ich werde jetzt einfach irgendeinen ziehen und dann blende ich den kommentar hier ein also die zettel sehen auch alle gleich aus ich mache die augen zu und ziehe einfach irgendeinen ich nehme irgendeinen wie ihr seht keine ahnung und zack der wird sein es ist nie log ich weiß gerade nicht welcher kommentar es war den werden wir auch mal eben hier einblenden irgendwo der kameras hier einblenden gg an dieser stelle du kannst mir am besten mal auf instagram schreiben am besten irgendwie mit screenshot von deinem youtube account als beweis dass du es auch wirklich bist instagram alb psycho und dann muss man muss über deine adresse schreiben die werde ich an der ihren weiterleiten und der schickt ihr dann direkt aus finland einen baby dragon gg und wir gehen jetzt rein in die liga viel spaß vorhin habe ich kurz eine runde off stream clash quest gespielt das erste mal seit über einen monat habe ich off stream clash quest gespielt weil ich kann ja nicht mehr viel machen und ich habe direkt eine kiste bekommen digga uns fehlt jetzt nur noch ein prinzen item wir haben ein prinzen item bekommen uns fehlt nur noch ein wizard item so was ein magier item fehlt uns noch dann sind wir durch wir haben jetzt gerade das prinzen item bekommen hier schild dann zu level 4 also ein magier item noch und dann sind wir durch so heute ich weiß nicht ob heute noch mal im infinity möglich ist ohne bomber glaube ich schon nicht bubs bogeys und und goblins naja aber was spuch bringt ohne bomber nicht ganz viel keine swappies zu pecker zaubern und schadspuch ist nice eigentlich baby sind nice mal gucken rocket sind nice wir gucken was die anderen so gemacht haben mutante hat auch noch ein infinity gemacht an dieser stelle gg am mutante ich war im call dabei also ich habe ihm geholfen stefan hat heute einfach unglaubliche zwölf geschafft ein timo 7 mystic 8 und wir gucken jetzt noch mal ach digga okay es so hat noch nicht gespielt ich dachte es so wird absteigen alter es so bitte steigt nicht ab du mir gefallen und steigt nicht schon wieder ab also ich schwörs euch wenn wir heute wieder infinity machen ich gehe bei 30 raus aber ich glaube nicht dass wir das machen wir waschen ich bin dann überlegen ob wir vorher einen feuerball usen gar nicht so unsmart glaube ich drei babies wisst ihr was doof ist wir haben das falsche bogey item drin gut dass es diese woche egal ist wir haben einfach das falsche bogey item drin ich bin zwei bubs ich glaube wir müssen noch ein feuerball machen aber als erstes die bogeys und wir spielen noch auf vierfacher geschwindigkeit ich wollte doch sagen irgendwas ist anders ich bin ein bubs wir nehmen walkers wir haben noch viel zu viele truppen walkers sparen ist wieder der call wie immer baby spielen für zauber nochmal wackel moment mal ach digga das war keine bücherhütte auf den baum gepennt ach scheiße das ist wenn man sich nur auf den chat verlässt und nicht selber nachdenkt dann passiert sowas scheiße lust egal er meint mit zauber ja walkert und feuerball ja stimmt stimmt für mich sind die bücher zauber bücher ne walkert ist kein zauber ne walkert ist keine ahnung ist ne walkert was spielen wir denn jetzt ein item genau ne walkert ist ein item so ich glaube ich bin die raus das ist jetzt gerade eh noch ein bisschen alles scheiße spielen wir jetzt erst die bogeys ich glaube wir müssen einen goblin waschen es ist scheiße auf die lower pdinger mit pecker zu gehen ein prince wash ein bogey kann man auch machen und dann haben wir nur eine einfache goblin kombi aber die bringt schon gut was ich glaube dass wir erst die peckers die pecker spielen müssen ne ich spiel die danach habe ich den pecker bombe ich spiel die goblins scheißegal jetzt wir nehmen jetzt einen pecker dazu dann haben wir die stage tut zwar weh aber anders ist scheiße oder kriegen wir das ohne pecker gecleared irgendwie ne ich glaube nicht ja wenn wir das ohne pecker clearen dann müssen wir halt so viele truppen rausspielen ich glaube das ist dumm ja ich geh jetzt mit pecker rein das gute ist heute ist sowieso egal was wir machen neun babies wichtig spielen wir erst ein baby ne wir kriegen jetzt gleich eine baby doch 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 das ist ganz gut ja ok wir nehmen charge aber ist die frage da müssten wir jetzt als erstes einen barbaren charge spielen nice doktor lauf in den pecker ja guck mal schlechter können die babies aber auch nicht stehen oh ja da kommen keine babies nach da wo wir sie brauchen ja perfekt alter ich gamble ich gamble einfach da noch ein baby bitte linke seite noch ein baby linke seite noch ein baby ist ok so und digga jetzt brauchen wir aber richtig gute refills also wenn wir jetzt einen barbaren refill kriegen dann ist hier ende im gelände ok achter baby refill ich glaube dass wir die stage hier ohne babies spielen digga wirklich ich glaube dass wir hier mit raketen und pecker spielen müssen mein call wäre jetzt rakete rakete ja ein prinz und dann die rockets ok noch pecker mehr das ist auch gut so das machen die raketen ja nicht kaputt dann müssten wir warte 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 eine rocket spielen und die pecker ich glaube das ist smart pecker safe fühle ich nicht wobei wir auch das charge buch raushauen würden ist die frage alle pecker spielen ne von einem nicht ok wir können uns das ne können wir nicht wir können uns das charge doch wir können uns das ne wir können uns das charge buch aber nicht sparen das ist ein 1 8er den macht der pecker nicht kaputt das ist ein 1 8er den macht der pecker nicht kaputt wir müssen chargen und dann prinz und pecker aufspielen ja können wir machen nice aloof ist gar nicht so dumm habe ich gerade schon prinz stirbt nicht boah wenn wir jetzt Babys nehmen ist Feld leer digga das Feld ist leer oh Gott es ist so close oh Gott es ist so scheiße es ist so schlecht digga ja wir müssen pecker nehmen glaube ich Gott sind wir jetzt schon am schwimmen 13 goblins ne pecker macht mehr Sinn ja ok ich vertraue euch wenn ihr sagt goblins vertraue ich euch ausnahmsweise mal ja rocket auf dem 2 1er und auf dem 2 8er und das ist 1 6er das geht sogar ja eine rocket mehr und wir haben es 1 8er 1 6er ja oh naja müssen wir noch eine rocket wir hätten genauso gut pecker nehmen können wir hätten laut ich pecker wären sinnvoller gewesen na egal egal ich sage euch pecker wären besser gewesen mach manchmal ich mach manchmal bin im shard ja ich glaube die reise endet hier fast digga ich glaube wir müssen fast prinzen nehmen und rockets auf die hütten spielen jetzt müssen wir hoffen ah scheiße ah ist ok ja aber die reise endet hier digga Babys für die Mauer ist klar nö die reise endet hier geil liga schon vorbei das ging ratzfatz scheiß drauf und war eh nicht unsere Woche ich benutze keinen token auf gar keinen fall ich nutze keinen token lohnt sich nicht unnötig ja richtig richtig es macht keinen unterschied es ist doch egal wenn ich am ende also jetzt mal real talk am youtube und an euch es ist scheiß egal ob ich zweiter platz bin oder ob ich zwanzigster platz bin es macht keinen unterschied erster platz ist geil weil wir es schon sechsmal gemacht haben aber ob wir äh zweiter oder zwanzigster sind ist halt scheiß egal wahrscheinlich bleibe ich eh zweiter obwohl ja mutando kann auch ach keine ahnung vielleicht macht Tobi auch mehr ist doch scheiß egal ist ja scheiß egal Tobi der äh Tobi sag schon Carlos kann eh nicht eingeholt werden durch die 194 gestern von daher was soll ich machen heute noch ein infinity oder was also unnötig wir spielen keinen token kann ich besser schön mit vier tokens in die neue Woche starten das ist doch alles cool so meine Freunde das war mal eine richtig schnelle Liga Runde war echt nicht so gut aber ist egal ist egal wir haben eh keine Chance auf den ersten gehabt GG an Carlos auch ohne Infinity wäre er wahrscheinlich erster geworden ich glaube wenn Carlos keinen Infinity gemacht hätte und ich eine realistische Chance auf den ersten gemacht äh gehabt hätte dann hätte ich mit dem Token nochmal reingeschwitzt aber so unnötig Token sparen nächste Woche mit vier rein wir sehen uns morgen haut rein bye bye bei der Zeit mit mit bei